Hallo Freunde, willkommen zurück zu Ninja Gaiden 2. Ich habe ein bisschen Glück und jetzt sollte ich vielleicht ein bisschen besser sein und ich verletze mich. Sehr schön! Das fängt ja richtig gut an. Hallo, was soll denn das? Ich habe ihn doch getroffen, seht euch das an. Bam! Ich habe ihn definitiv getroffen, aber nein, das Spiel will es nicht so. Das Spiel will es nicht. Das Spiel will unbedingt, dass ich verliere. Das Spiel will, dass ich aufgebe, aber ich werde ihn nicht aufgeben. Jetzt habe ich ihn getroffen. Oh mein Gott. Jetzt wurde ich selber getroffen. Oh mein Gott, von was wurde ich überhaupt getroffen? What the fuck? Ich habe es nicht gesehen. Ich glaube, es ist der eklavteste Boss in der Geschichte der Videospieler. Das ist so unglaublich. Oh, ich kann hier höchstens drei Schaden auffallen. Oh mein Gott, ich lasse mich in Frieden. What the fuck? Mir ist aufgefallen, immer wenn ich ihn treffe, dann werde ich selber getroffen. Aber wenn er mich nicht trifft, dann treffe ich ihn auch nicht. What the fuck? So, habe ich ihn getroffen? Nein, natürlich. Natürlich habe ich ihn nicht getroffen. Mann, was bist du denn für ein Bossgegner? Was für ein eklavter Bossgegner? Ich habe noch nie, echt, noch nie so einen harten Boss gesehen. Echt, ohne Scheiß. Das ist ja unglaublich, was die da gemacht haben. Warum überhaupt? Warum so hart? Und warum habe ich ihn wieder nicht getroffen? Ey, das ist... Ich trinke mich wieder auf. Jetzt habe ich ihn getroffen. Aber jetzt hat er auch mich getroffen. Ich will ihn treffen, ohne dass er mich trifft. Verdammt nochmal. Ist dies überhaupt möglich in der Natur? Nein, ist es nicht. Mann! Jetzt habe ich dich getroffen. Speichern. Speichern, 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 speichern. So. Jetzt habe ich fünfmal gespeichert auf denselben Slot. Weil ich einfach extrem aufgeregt bin. Nö, ich will dich treffen. Selbst für SafeState ist unbesiegbar. Ohne Scheiß. Und ich habe die... Was? Warum treffe ich dich nicht? So, bam! Das war doch eindeutig ein Treffer. Warum habe ich dich jetzt nicht getroffen? Hä? Manchmal lässt er sich treffen, manchmal nicht. Da sucht er sich aus. Hat er Lust hat. Hm. Jetzt will er mich treffen. Jetzt nicht. Aber es ist einfach nur unmöglich. So, jetzt habe ich ihn wieder nicht getroffen. Ey, ich verstehe das nicht. Manchmal lässt er sich treffen, manchmal nicht. Wahrscheinlich spürt er, dass ich SafeState platze. Und ich habe ihn wieder nicht getroffen. Ey, das ist unglaublich. Warum, Zerr? Seht euch das an. Höh! Ich habe ihn dann durchgeschlagen, aber ich habe ihn diesmal getroffen. Sehr schön. Du bist ein extrem harter Boss. Ohne Scheiß. Meinen Respekt hast du. Ne, eigentlich nicht, weil du einfach scheiße bist. So, jetzt habe ich zwar was verloren, aber das ist mir Wayne. Oh mein Gott. Wie soll ich da am besten durchkommen? Das geht nicht. Vielleicht, wenn ich hochklettere. Jetzt habe ich ihn getroffen, aber das geht einfach trotzdem nicht. Yo! Jetzt. Jetzt. Wie soll ich sowas wie dich besiegen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Du bist einfach zu hart. Es geht nicht. Es geht nicht. Du bist zu hart. Viel zu hart. Ernsthaft, ich weiß nicht mal mehr, was ich sagen soll. Es ist einfach nur ein ekelhafter Boss. Jetzt bin ich in der dümmsten Position, die man eigentlich haben kann. Er ist einfach viel zu stark. Habe ich dich getroffen? Ich glaube, ich habe dich getroffen. Ich habe es nicht gesehen, aber wenn ich dich getroffen habe, bin ich glücklich. Ich bin glücklich. Natürlich not. Vielleicht kann ich das Feuer auch angreifen. Das Feuer kann ich nicht angreifen. Ich kann das Feuer nicht angreifen. What the fuck? Warte mal kurz. Ich glaube, im ersten Teil konnte ich das Feuer angreifen. Aber jetzt kann ich es nicht angreifen. What the fuck? Sind spinnen die Entwickler ein bisschen? Ein bisschen spinnen die schon, oder? Aber du bist bald tot. Das finde ich cool. So, jetzt bin ich in einer guten Position. Hier werde ich speichern. Boah, tut mir leid, dass ich so viele Safesets setze. Das ist jetzt aber... Ohne Scheiß! Wie soll ich ihn ohne Safesets besetzen? Hier schicken wir einige Leute wieder ihre Links. Ja, das weiß ich. Bla, bla, bla. Er hat es geschafft. Ohne Probleme. Ist mir relativ, Leute. Ist mir wirklich völlig... Vollkommen egal. Oh mein Gott. Ah, du bist so ein ekelhafter Boss. Das ist unglaublich stark. Das ist einfach nur unglaublich. Und das mit Safesets. Und ich habe solche Probleme. Das ist schon irgendwie ziemlich... Bitter. So, wenn ich wieder ruhig bin. Aber ernsthaft. Es geht einfach nicht ohne meine Ruhe. Ohne meine stille Power werde ich ihn nicht besiegen können. Das ist kein Witz. Was zur Hölle... Leute! Ich habe ihn doch getroffen. So, jetzt. Weiter. Und wenn ich nach dem Kampf nicht geheilt werde. Ich hasse das Spiel. Ich werde es offiziell hassen. So, viermal kann er mich noch zämpfen. Das ist mir Wayne. Ne, dreimal kann er mich noch zämpfen. Bevor ich tot bin. Was bist du für ein Boss? Kannst du dich überhaupt als Boss bezeichnen? Das ist... Unglaublich. Einfach nur unglaublich. Unglaublich unfair. Nicht unglaublich cool, sondern unglaublich unfair. Jetzt bin ich wieder... Jetzt bin ich wieder in dieser Situation. Ohne Gott. Habe ich dich getroffen? Nein, habe ich nicht. Natürlich habe ich dich nicht getroffen. Ey, das ist so ein rotter Boss! Und es geht nicht! Ich kann ihn nicht besiegen. Er ist zu stark. Zehntausende Feuerbülle greift mich an. Er greift mich an. Das Level-Design greift mich an. Mit dem Aussehen. Mit dem medienhaften Aussehen. Oh, Mann! Habe ich dich! Oh, mein Gott! Ich habe dich getroffen. Ich bin cool. Warte mal kurz. Von hier kann ich dich auch treffen. So, ist mir egal, ob du mich verletzt hast. Ist mir so egal. Speicher einfach. Oh, mein Gott! Die Person verzweifelt, Leute! So ein ekelhafter Boss! Ja, genau. Jetzt schießt er noch mehr Feuer, weil da ist Feuer. Holy Shit! Shit! Warum? Entwickler! Was habt ihr erlebt? In eurer Kindheit. Dass ihr jetzt so unglaublich wütend wurdet. Ja, was ist hier jetzt vor 20 Jahren? Aber ernsthaft? What the hell? Irgendwas müsst ihr doch erlebt haben, oder? Ach, du Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Wahrscheinlich habe ich ihn nicht getroffen. Ich habe ihn trotzdem gespeichert. So. Oh, mein Gott. Okay. Ich muss ihn auch noch dreimal treffen. Merkt euch das. Noch dreimal. Wenn ich ihn jetzt noch dreimal treffe, ey, dann bin ich cool. Dann habe ich es geschafft. Dafür darf ich mich jetzt nicht mehr treffen lassen. Scheiße, jetzt bin ich tot. Oh, mein Gott! Du bist ein Dämon! Ja, das sowieso. Leute, what the fuck? Ich finde das nicht mehr normal. Überhaupt nicht. Ich kann ihn einfach nicht besiegen. Es ist krass. Es ist unglaublich krass. Weil er einfach nur unglaublich schon viel zu stark ist eigentlich. Noch zweimal muss ich ihn schaffen. Noch zweimal. Noch einmal! Leute! Ich habe die Chance! Ich habe es geschafft! Ich habe Jagui-O-Besiegt. Oh, mein Gott! Auch wenn ich tausend Save-Saves benutze habe, ist mir egal. Ich habe ihn besiegt! Oh, ich habe Irene gerettet und er blutet. Ist mir so scheißegal. Stirb doch endlich. Bist du in Ordnung, Irene? Oh, mein Gott! Was zur Hölle? So ein ekelhafter Boss. Wir müssen... ...das Altar zerstören. Natürlich müssen wir es zerstören. Natürlich müssen wir es zerstören. Bevor... Oh, nein! Das Blut wird das Schwert. Oh, mein Gott! Jetzt wird irgendwas passieren. Irgendwas wird jetzt... Irgendwas Dummes wird jetzt passieren. Und wenn ich jetzt nicht geheilt werde... Boah! Wenn ich jetzt nicht geheilt werde... Ich flipp aus. Das Schwert wurde erweckt... ...bei den... ...vom Blut des Jagui-O-Besiegt. Oh, mein Gott! Ja! Riu! Oh, mein Gott! Irene wurde getroffen! Irene! Und ich auch. Will ich jetzt tot? Eigentlich soll ich jetzt tot sein. Weil ich habe noch einen Balken. Scheiße! Riu! Nein! Oh, mein Gott! Irene wird sterben. Irene! Irene! Oh, mein Gott! Die arme Irene! Sie stirbt in unseren Händen. Na, was ist jetzt los? Ich habe viele Punkte ersetzt. Dieses ekelhafte Schwert. Warum tut das Spiel die ganze Zeit so, als wäre es wichtig? Es ist für mich so unwichtig. Und er lebt noch. Oh! Fick dich, Jagui-O! Du! Ja, Riu. Er ist noch am Leben. Nö! Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Warum wird so ein Riesendämon von einem Ninja bekämpft? Was zum... Wie oft hast du jetzt eigentlich was zum gesagt? Lass mich raten, jetzt wird der Dämon erweckt. Mal wieder. What the fuck? Ich wurde nicht... Was? Ich wurde nicht geheilt. Warte mal kurz. Ich will kurz sterben. Wo bin ich wieder? Wo bin ich wieder? Wo bin ich wieder? Ich bin wieder bei 7.1. 7.2. Ich wurde nicht geheilt. Was? Nicht geheilt. What the fuck? Ist das euer Ernst? Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ich wurde nicht geheilt. Und das ist nicht mal der eigentliche Endboss. Der kommt ja noch. Und wenn ich da nicht geheilt werde, dann... Es geht nicht. Man kann das Spiel ohne Sales jetzt nicht durchspielen. Sagt mir, was ihr wollt, aber es geht nicht. Es ist unglaublich. Unglaublich ist das. Was die Entwickler da gemacht haben. Und was die Entwickler da geschafft haben, ist einfach nur... Ist einfach nur sadistisch. Das ist... Wow. Ich bin echt beeindruckt. Wie böse ein Mensch sein kann. Da bin ich echt beeindruckt. Ich wusste nicht, dass ein Mensch so böse sein kann. Holy shit. Ich wurde ernsthaft nicht geheilt. Das ist krank. Und ich muss nach jedem Hit speichern. Aber wenigstens ist der Boss nicht so hart. Dieser hier. Die zweite Form von Jaguio ist nicht so hart. Ich muss nur wissen, wann ich springen muss. Diesmal wurde ich getroffen. Und hier wurde ich auch getroffen. So, Speicher hier. Und jetzt musst du springen. Okay. Tut mir leid, Leute, dass ich das so mache, aber ernsthaft. Wer soll das mit einem Balken schaffen? Ja. Und bitte kommt mir nicht wieder mit euren Links. Ist mir egal, dass es andere können. Ist mir wirklich relativ. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Meine Nase juckt. Best Zeitpunkt ever. Ich wurde getroffen. So. Und ich trocknen, werde mal schneller. What the fuck? Ja, genau. Genau, genau. Das ist doch so fair, nicht wahr? So, Speichern. Du bist vertot. Oh mein Gott, ey, das ist unglaublich. Wer soll das schaffen? Aber wenigstens muss ich nicht wieder bei 7.1 anfangen. Wie ich in Ninja Gaiden 1 bei 6.1 anfangen musste. Das war nicht nett. Aber die Tropfen werden immer schneller und das ist gemein. Und alles juckt bei mir irgendwie. Keine Ahnung, meine Nase irgendwie. Dieses Spiel bringt meine Nase zum Jucken. Alles wird einfach immer schneller. Ist das so. Okay. Sieht gut aus. Es sieht gut aus. Nicht. Oh, hab ich dich. Hab ich dich. Nein, ich hab dich nicht mehr getroffen. Sehr schön. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Du bist ein viel zu harter Boss. What the fuck? Mann. Ey, das ist doch nicht wahr. Ey, das ist unglaublich. Was dieser Boss abliefert. Hier kann ich auch stehen. Das wusste ich gar nicht. Cool. Sag mir doch mal jemand. Das wusste ich gar nicht. Dann bleib ich hier einfach stehen. Aha. Geht doch nicht. Okay, kann ich vergessen. Ich hab mich wieder verletzt. Tut mir leid, Leute. Es ist wirklich eine lame Taktik, aber ernsthaft. Das Spiel ist einfach nur... Das Spiel ist lame. Also nicht wirklich lame. Es ist schon genial gemacht und zwar, aber es ist einfach viel zu schwer. Viel, 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 viel zu schwer. Ich hab echt keine Ahnung, wie die das... Wie sie sowas verkaufen konnten. Das ist... Hab ich gespeichert? Oh mein Gott. Ich dachte, ich muss jetzt sterben. Dreimal treffen. Noch drei Hits. Noch zwei Hits. Okay, ich bin tot. Laden. Wird weggehen. Hey, ich hab dich getroffen. Was soll das? Hallo? Und wirst tot. Holy moly. War das ein Kampf? Ja, genau das denke ich auch. Ist das endlich das Ende? Nein, natürlich nicht. Denn es kommt noch eine dritte Form. Denn wenn es im ersten Teil drei Formen gab, gibt es im zweiten natürlich auch drei Formen. Mindestens. Wie toll ist es? Soll ich so ein... Gegen so einen Gegner kämpfen? Genau, wirklich, Ryo. Du nimmst mir die Gedanken aus dem Mund. Heil mich, Schwert. Heil mich einfach. Vater! Schwert. des Drachenclans. Gib mir Power. Und ich bin nicht geheilt, nicht wahr? Natürlich! Ich bin natürlich! Bis dahin! Ratige UFC. TÖRK! Das ist ein weaknesses,